so was muss man sich mal angucken da sitzt der ölkühler so sitzt das blech so muss weiter weg filmen so bisschen wackeln das muss man sich mal angucken der kann gar nicht mehr kühlen so was das ist doch nicht normal so sieht das aus wenn der luft durch geht so einmal luftpistole der dicken schlauch ist hier so ist ja ganz egal so